Und der Hinweis für alle Nichtspielmannschaften natürlich hier zuzuschauen und vorne die Turnbullar zugunsten des Kinderausbizes Leuchtturm e.V. Holm Greifswald und da ist das 1 zu 0 für die Gäste aus Holm Rannenburg. Untertitelung des ZDF, 2020 Thorsten Wälder Thorsten Wälder Heißig! Heißig! Team Männer! Rundfunk! Ja, das ist alles. Ja, ich kann mich auch nicht sagen. Oh, ich kann mich auch nicht sagen. Wow! Schotten! Komm, Tani, du vor! Au! Oh nein! Guck mal! Ich hab ja auch direkt gesehen. Uuuuh! Komm, mach das! Oh! 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 Ah! Achtung! Das ist gleich 1 zu 1, Tutschütze Nummer 15 für den FSV Lewis. Mein Trikund liegt bei der Bar, bei der Bierbar. Das ist gleich 1, Tutschütze Nummer 15, Tutschütze Nummer 15, Tutschütze Nummer 15, Tutschütze Nummer 15. Tutschütze Nummer 15, 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 Tutschütze Nummer 15 Zwei, für ihn etwas verlöts. Was steht am Main-Kleid? Das ist so krass. 4.1! 4.1! 3.1. 3.1. 5! 4.1. 5.1. 10.1. 3.1! 5.1. 5.1. 6.1. 5.1. 6.1. 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Das war's für heute. Los Jungs, ein bisschen abgenommen! Bitte! – Zwei! – Zwei! – Das ist wirklich… – Sie sind halt noch nicht… ich spiel sie nicht! – Da ist noch nicht so… – Du bist noch frei! – Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! – Alex, gehst du eine Herzen? Für das nächste Spiel bereiten sich vor die Mannschaftskunden von Aja Stolzestramm und Harry King. Können wir Ausgleich noch nicht antun, oder? Nein, der ist ja traurig. Ich hätte die noch einem auf die Hand. Sag mal! Ausgleich für die Skyland Soccer erfolgreich, die Nummer 13. Alexander Malu. Oh, Malu! Noch eins, Jungs! Musst du dir die Namen aufschreiben, oder? Ja. Hat du meinen Namen draufgeschrieben? Darf ich mich mal. Nee. Dich hat keiner angesagt. Sind sie selber schuld? Das Problem hat mir doch auch gerade. Dann darfst du ja gar nicht spielen heute. Dann darf ich gar nicht spielen. Dann kann ich die Grüße noch mal holen und sagen, ich hab was falsch geschickt. Ja. Wir sind Frauen. Wir haben das nicht so mitgeklärt. Männchen. Ich glaube nicht, dass wir da sind. Wenn man sagt, wir haben Fehler drin, ne? Oh Gott! Ja, ich habe auch geblieben. Ja, ich mache nur mitgeklärt. Ich habe da gemacht. Welche Nummer hast du denn, Alex? Gar keine. Wir haben leider kein Trikot mit. Das ist ja mein Trikot drin. Einfach nah mit aufschreiben. In der letzten Minute ist schon angebrochen. Das nächste Spiel ist mal gegründet. Wir haben einen Sauerstraut gegen Harry Kane. Wir haben einen hohen Trikot. Ich bin ein hoher Trikot. Ich bin ein hoher Trikot. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin ein hoher Trikot.